Hallo Leute, willkommen zu einem Infovideo. Dieses Infovideo ist zum Thema Ellerbach. Das Projekt sollte eigentlich heute gestattet sein. Allerdings gibt es technische Schwierigkeiten. Erstmal hatten wir Probleme mit dem LS, dass wir nicht auf LS drauf konnten. Am Donnerstag und am Freitag hatten wir das Problem, dass wir nicht auf LS drauf konnten, nicht immer gekickt wurden und mein Internet scheiße schlecht ist. Deshalb verschieben wir das Projekt erstmal weit nach hinten. Wann? I don't know. Ich vermute mal nächstes Wochenende ist ein Projekt statt, also Sonntag den 9. 2. Und ja, das engste ist das einzige was ich euch sagen wollte. Es werden jetzt in nächster Zeit erstmal vermutlich ein paar Moddingvideos nochmal kommen, bisschen ETS auch kommen. Aber ich bin halt im Moment nicht so wirklich den Daumen aufzunehmen. So Singleplayer habe ich gemerkt, NFMarsch kommt nicht so gut an. Außer ihr wollt NFMarsch sehen, sagt Bescheid, wird aufgenommen. Die anderen Projekte, ja die kamen meiner Meinung nach nicht so gut an. Also ich habe sonst nicht wirklich was gehabt. Aber wenn ihr Projektideen habt für Singleplayer, sagt Bescheid, schreibt in die Kommentare. Wenn wir machen. Und wie gesagt, Ellerbach wird nach hinten verschoben. Auf vermutlich 9. 2. Aber wenn wir vorher natürlich auch zu kommen, mehrere Folgen aufzunehmen, wenn die aufgenommen werden, wird hochgeladen. Hochladen Rhythmus sollte sein. Einmal sonntags, dienstags, donnerstags und samstags. Das ist so mein Plan. Und dann würde ich sagen, freut euch auf Ellerbach. Schreibt in die Kommentare, was für Projektideen ihr für andere Projekte habt. Macht YouTube, bis dann. Und aber nicht vergessen. Ciao. Weiter. ек's Julian W Aha B Vielen Dank.